Raus Raus Ganz an die Wand hier im Ranges Und raus, seid vorsichtig Genau, hier sind Infernal gespawnt Es sollte auch eigentlich keins mehr hier spawnen können Was uns irgendwie gefährlich sein wird Raus Raus Ich bin nur bei 100% Mana, irgendsonsten Jetzt hat er Exe Also bei mir muss Ise ein bisschen aufpassen mit Darkro, oder? Ise ist ja noch dran Also bei mir ist Ise sogar drüber Ja, aber erst bei 130 range das irgendwie Ne, aber 130 dürfte erst bei Range Changen, bei Mele ist eigentlich ab 100 Achso, ja stimmt Ich hab vergessen, das ist ja ein Enhancer Raus Raus Vielleicht sind Schamania generell als Caster, ein Classic ist das so Oh, das kann das nicht sein Zähle ich vielleicht auch als Caster Als Red Wer weiß Probieren wir es lieber nicht aus Ja, ja Ich bin lieber noch so weit oben Ich bin immer noch bei 100% Ja, bei dem Boss ist irgendwas komisch mit dem Makro Ich mein, ich hab jetzt 20 Sekunden schon nichts Ja, hau einfach drauf Du wirst schon kein Akroziehen Das wäre sehr komisch Wann machen wir KR? Nach der nächsten Dome Gut Oh Oh Oh, ja Gehen einfach Oh ja, dann Inferno in uns Oh, in inferno im Boss Geht hier rüber Ihr müsst dann bis zur Wand hier laufen, Meleys Ja Geht meinst du nicht? Ne, ne, das müsste noch glaube ich Ja doch, könnte noch gehen Müsste auch schnell reagieren, wenn dann die Nova cast Das ist easy first try Ja Unser Damage ist btw insane Jetzt Nova Nova dann Oh, fuck Also ich hab mir ja jetzt schon viele Streams von anderen angeguckt Unser Damage ist unnormal gut bei dem Boss Echt, ja? Ja, also Gut dann Seed of Commandos übrigens mit der Waffe tatsächlich viral Funny Das ist schön zu hören Gap find ich auch Müsste gleich der Nova kommt Oh, Tank Tank down Oh, Alter Trilly übernehmen Damage stopp Oh, naja, okay Damage stopp ist ekelig Okay, nice Sehr gut Das ist schön Das ist schön Das ist schön Ich habe es nicht